Oh, okay. So, jetzt können wir endlich nach Torchlight reisen. Juhu. Oh, je. Wo sind wir eigentlich stehen geblieben, Leute? Wir hatten unsere Viecher, wir hatten unseren Golem. Ähm, was sagt denn das Questlog-Buch? Buxman asks you to find a place of primal amber in a place filled with elemental energy. Okay. Ähm, ich glaube, wir gehen einfach mal ein bisschen runter. Ich werde mich auch jetzt hier nicht so auf die Nebenquests, ähm, wie, ähm, ja, die werde ich jetzt hier nicht so groß machen, weil es einfach Quark ist. Ist das sinnvoll? Moment. Ich überlege jetzt gerade, ob wir durch den Townportal oder anders reingekommen sind. Ah, doch, wir sind durch den Townportal rein. Ähm. Shrine of Enchantment. Ach, genau, das war das Ding. Ich erinnere mich. Äh, die Kleinen erstmal. Oder haben wir irgendwas im Inventar, was sich zu... Ah, das war der. Was haben wir ansonsten noch? Ich wollte da noch irgendeine megacoole Waffe haben. Ähm. Was hat der jetzt nochmal? Deflecting. Ach, komm. Besser als nix. Das ist unmöglich. Ach, ne, stimmt. Das ist ja so ein großer. Ich erinnere mich. Okay. So. Was war das für ein Ding? Warum habe ich eigentlich noch den ganzen Käskuchen hier drin, ne? Na, ist egal. Wir wollen ja spielen und nicht hier, ähm... So, ich glaube, hier konnte ich doch... Ja, genau, so konnte ich das machen. Oh, da ist ja ein ganzes Nest. So, die haben uns nix hinterlassen. Ach, ist das toll. Hm. Wo sind wir denn hier gelandet? Vor allen Dingen, warum... Warum ist sowas in den Minen da drin? Oh. Süß. So, hier ist ein Tor. Ein Cracked Life Ember. Was auch immer das ist. Guck, guck. Ich hab was für dich. Ich hab ne Menge Freunde mitgebracht. Oh, 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 oh. Na, Kumpels, mach dir mal das bitte für mich. Oh, okay. Da gibt's wieder jede Menge zum... Einsacken. Okay. Wo hab ich denn jetzt grad hingeklickt? Na, egal. Mana Potion. Große Axt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Das will ich immer im Off tun. Und ich vergesse es immer. Es tut mir leid. Äh. Ich glaub, das fand ich cool. Aber es ist immer noch alles da. Ähm. Moment. Ah, das ist ein Vorsprung. Okay. Ein voriger Sprung und weiter geht es. Süß. Autsch. So. Da war nix drin. Irgendwie ist mir hier zu wenig los. Ich hab so ein ungutes Gefühl. Das hier gleich. Brücke. Und noch mehr Brücke. Ah, toll. Folge dem Gold. Ey. Ich glaub, er tackt. So. Was haben wir jetzt alles kassiert? Oh je, Mini. Ich bin schon fast wieder voll. Ähm. Leute. Ihr seid noch fit, alle. Ja. 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 Ah, das wär der andere Weg gewesen. Okay. So steh ich eigentlich vorne und die da hinten nicht. Komm. Mach'n platt. Mach'n platt, Leute. So. So. Ich würd mal sagen, wir haben hier ein bisschen aufgeräumt. So. Ich muss immer erstmal noch meine, meinen Cursor suchen. Jippie. So. Alles schön einsacken. Alles einsacken. Ich bin geldgeil. So. Ha. Oh. Flugviecher. Und zwar nicht gerade wenige. Hm. Jemand Lust auf Hähnchen? Ei. Das sieht ja lustig aus. Ich kann nicht mehr carry. Ähm. So. Da war nix mehr. Oh. Das scheint so, als würde es hier gleich. Äh. Wie geht's uns? Wie geht's uns? Wie geht's uns? Gut. Gut. So. Oh. Eine Stadtportalrolle. Sehr angenehm. Gut. Ähm. Oh. Da habt ihr schon aufgeräumt. Ach. Das ist lieb von euch, Leute. Ach. Bin ich froh, dass ich euch hab. Aber ich glaub, wir sind nicht mehr so zahlreich, wie wir jetzt vorher waren. Ähm. Ich brauch mal noch ein Imp. So. Haben wir noch irgendwas? Big Health Potion. Cool. 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 So. So weit. So. Einfach. Du hast es schon bestellt. So. Können wir jetzt hier mal ein bisschen aufräumen und so? Leute, machen wir hier ein bisschen Halligalli. Ähm. Ähm. Hm. Oh, verdammt. Die haben ja gar nichts mehr dabei. Einer. Zwo. Drei. Vier. Und ein Golem, bitte. Danke. So. Okay. Ähm. Ups. Wollte ich doch gar nicht. Du. Das weg. Du weg. Gold kannst du noch einsammeln. So. Ja, komm. Hol das mal bitte. Dankeschön. So. Was sagst du? Oh, mein Haustierchen kann auch ein bisschen was mitnehmen. Oh, ein Morgenstern. Dann nehmen wir den doch auch mal noch mit. So. Es läuft ja alles richtig cool heute. Außer, dass ich ein bisschen... ...knapp an Energie bin. So. Dann lassen wir uns mal wieder volllaufen. Natürlich mit einem schönen, leckeren Heiltrank. ...knapp an Energie bin. Die Frage kommt immer... ...ist immer, wie groß das normale Pizza dann ist. Oh, Spinnis. Ich mein... Oh, die ist groß. Die ist groß. Die ist richtig groß. Ai, 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 ai. Oh, mein Gott. Spinnen. Du hast gewonnen. So. Ich hab ja eigentlich nix gegen Spinnen, aber... ...wenn sie mich fressen wollen, sind sie mal doch etwas zu... ...uncool. Assign remaining skill points. Oh, cool. Wir können wieder skill points... ...ähm... ...ähm... ...bringt uns hier irgendwas irgendwo? Ne, da können wir erst ab Level 17... ...da ab Level 10... ...da ab Level 10... ...Level 15... Oh, dann warten wir halt noch ein Level. Was soll der Kies? So, machen wir wieder zu, dat Ding. Äh... ...rumpel, rumpel? Es rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum. Oh, das war woanders. Ach, und die Kiste hier, die meint wieder, sie müsste uns fressen, oder wie? Ich glaub, er takt. Ähm... Sei mal so nett, bitte. Oh, Mann, ey. Überall geht's nur noch... Oh, das ist uncool. Das Vieh ist uncool. Das ist so uncool. So, das haben wir... Okay. Wo sind... Ah, alle sind da. Alle sind noch zu Hause. Das ist schön, ist das. Tja. Oh Gott, das liegt da wieder alles. Ei, 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 ei. So, genau. Und hier waren wir jetzt schon. Das war die Runde. Von da sind wir gekommen. Ach, hier. Nein, es war nicht Rotkäppchen. Das war der Wolf und die sieben Geißlein. Glaube ich. Aber... Der Ausgang war ziemlich ähnlich. Kann man sich auch mal gerne vertun. Kann auch sein, dass ich mich vertan habe und jetzt hier voll, ähm, das Ganze zeige. Aber da gibt es vieles. So, wo sind wir denn? Oh, okay. Das sieht sehr nach, ähm... Tutara Caverns, Floor 17. Wir laden jetzt unser Haustierleckern auch, falls nix mehr mitnehmen. Ach, ist das herrlich. Okay, ähm... Wir haben jetzt Viertelstündle. Ich würde sagen, wir machen mal einen kurzen Break zurück ins Town Portal. So. Und ich nutze jetzt mal die Gelegenheit und... Oh, uh, 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 uh. Mein Tee hat viel zu lange gezogen. Das wird heftig. Ich bin mal eben... So. Ui, 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 ui. Ähm, seht ihr das? Der ist wirklich so dunkel, wie er hier aussieht, Leute. Ich glaube, das wird eine lange Nacht. So. Ui. Tja. Was tut man nicht alles für seine Fans? Oder Zuschauer oder was auch immer. So. Jetzt erst einmal, ähm... Gucken wir mal, was wir so Hübsches dabei haben. Hölalala. Ähm... Wo sind meine ganzen Identifikationsrollen? Du einmal. Du einmal. Du einmal. Du einmal. Ach je. Das wollte ich alles schon... Was ist denn das? Smart Scale Headband. Plus 5 Mana. Okay. Morgensterne. Ein Stab. Stäbe sind immer schön. Mit Rias Magic. Dirty Fold. Das flammen wir noch nicht ganz. Okay. So. Ähm... Quatschen wir den mal an. Ja. So. Ähm... Der... Das kann eigentlich weg. Nö. Bapapapapa. Der bringt zwar ein bisschen mehr. Hm. Hm. Nö. Ähm. Nö. Was ist das hier? Nö. Den hier brauche ich eigentlich auch nicht. Da muss ich gucken. Der Schild. Der kann auch weg. Ähm. Bogen kann weg. Flinte kann weg. Der hier kann... Auch weg. Der kann nämlich gar nichts. Der kann weg. Was haben wir hier noch? Hm. Nö. Wenn er noch ein bisschen was extra hätte, würde ich ihn nehmen. Aber... Oh Gott. Das ist ein großes Viehzeug. Äh. Tainted wand. Was hat der denn noch? Ähm. Poison slows the attack speed. Nö. Oder? Moment. Hm. Der macht aber mehr Schaden als meiner hier jetzt. Denn... Außerdem sieht er besser aus, als das komische Co-Toten-Cop-Ding da. So. Das Ding kann weg. Was ist das hier? Der kann auch weg. Schulterklappe kann weg. Das Ding hier benutze ich sowieso nicht. Das Schild hier kann weg. Ähm. Brauche ich sowieso nicht. Das ist das hier. Weg damit. So. Geht doch ganz fix heute. So. Dann, äh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen was. Du einmal. Und du einmal. Das kann weg. Die Axt brauchen wir auch keine. Ähm. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Hm. Hm. Sieht nicht so verkehrt aus, das Ding. Den behalten wir mal. Die Stäbel lassen wir mal da, wo sie sind. Was ist das hier? Pure Ember. Du Weapons und Armour. Slots. Hm. So. Das nehmen wir mal mit rüber. Das kommt hier dazu. Das kommt da dazu. So. Bye, bye. Bye, bye. So. Dann schmeißen wir die hier mal schnell noch alles da rein. Ich muss mir mal irgendwann mal echt die Zeit nehmen, hier mal alles in Ruhe aufzuräumen. Weil, ähm, bringt ja sonst alles nichts. So. Da noch. Du dazu. Ui, 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 ui. Wir können ja bald auf die großen Tränke umsteigen. So. Ah, Quatsch. Den kann ich drinnen lassen. Gut. Das war ein kurzer Abstecher nach Torchlight. Und wir gehen jetzt direkt wieder... Ja, renn doch einfach am Tor vorbei. So macht's doch Spaß. Zum Glück hab ich vorhin schon gegessen. Ich hab keinen Hunger mehr. So. Ähm, ich glaube, hier geht's weiter. Oder? Ne, hier kommen wir her. Okay. Kurz Zeit Gedächtnis. Lass grüßen. Grüßen. Ja, von da aus kommt man jetzt ran. Aber von hier aus kommen wir mal ran. Schon wieder ein Shrine of Enchantment. Ach komm. Ich enchante mal meinen tollen Stab hier. Einfach nur, weil ich es kann. Fortune smiles on you. Was hat der jetzt? Plus 7. Ähm. Was macht der? Oh. 16 Health stolen on hit. Das ist cool. Ähm. Der Turbogen sieht ein bisschen, äh... Naja, aus. Tja. So, wir machen hier erstmal ein bisschen die Tour. Ich glaub, attackt. So. So, wir wollen ja hier möglichst viel mitnehmen. So. Oh, schon wieder Spinnis. Äh. Lauf mal weg. Lauf mal weg, du. Eine Identifikationsrolle. Die brauchen wir doch. Oh, da unten ist wieder einer. So. Ein schwerer Lederhelm. Da ist nüch. Dann gucken wir mal noch kurz da oben rein. Uh. Tarantula, die Riesenspinne. Ähm. Ach, guck mal da. Ich krieg ständig Leben dazu. Och, ist das schön. Och, ist das schön, ey. Das macht ja Spaß. So. Und Fame kriegen wir. So. Und da gibt es drei, ähm... Übergänge. Wo sind eigentlich meine, ähm... Meine Minis? Wenn sie nicht da sind, dann machen wir sie uns halt wieder. Mein Gott. So. Dann nehmen wir mal zuerst den hier. Äh. Guck, guck. Sterb mal ein bisschen. Ein geflügelter Staff. Was ist das hier? Oh, da geht es abwärts. Aber bevor wir da runter gehen, guckt mal mal noch kurz, was bei den anderen da war. Okay, bei dem ganz oben geht es runter. Ähm. Lh. Och, Gott. Mann, ist das schön hier. Hier ist noch ein Dorf oder sowas. So. Wieder ein Zauberstab. Und hier gibt es noch ein Dorf. Äh. Eine. Jawohl. So, noch ein paar Ringe und Zeugs. Was haben wir hier noch? Kommt hier auch noch jemand raus? Wohnt hier wer? Nö. Gut. Das war der erste. Da sind wir schon durch. Wunderbar. Wunderbar. Okay, dann geht es abwärts. Es geht abwärts. 17 Stockwerke sind wir schon unten. Bei Diablo wären wir jetzt schon, ähm... Am Endboss vorbei. Aber wir spielen ja nicht Diablo, sondern wir spielen Torchlight. Und da darf es ruhig noch ein bisschen tiefer gehen. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt landen. Du, 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 du. Ah. So. Schon wieder Level 18. Da geht es nach oben. Aber wir wollen ja nicht nach oben, sondern wir... Scale Smash. Was das auch immer sein mag. Oh Gott, ey. Mann, was ist denn hier unterwegs? Das ist ja... Mann, mach die platt. Mach doch mal die scheiß Viecher hier platt. So. Ist jetzt alles gestorben? Oder lebt noch irgendjemand, der noch was haben will von mir? So, ähm... Ja. Juhu! Eine große Mana-Potion. Und du stirb auch. So. Da ist noch eine Brunner. Die ist auch... Ah, Mann, ey. Wieso ist hier nirgends was? Jetzt will ich es nochmal kurz gucken. Nicht, dass wir da vorne irgendwo noch was Tolles vergessen haben. Nö. Alles langweilig hier. Ich will weitergehen. Und wenn ich es richtig weiß, sind die ganzen Dungeons hier auch ausnahmelos, ähm... Zufallsbasiert. Also das heißt, das Spiel hat einen relativ großen Wiederspielwert. So, komm. Stirb. Danke. Und der Zauberstab hier gefällt mir eigentlich immer besser, je weiter ich den spiele. Weil der einfach, ähm... Ja. Das Zeug fliegt einfach immer genau dahin, wo es hin muss. Das ist super. Hey, ich bin jetzt Level 15. Okay. Aber, ähm... Da kümmern wir uns drum. Da kümmern wir uns drum, wenn wir... Mein Inventor ist voll. Oh. Ich wollte gerade sagen, wenn wir wieder zurück nach Torchlight kommen, aber das dürfte wahrscheinlich sehr bald der Fall sein. Ey, ich glaube, er tagt. Ich muss mal ein bisschen, ähm... So, haut drauf, Mann. Haut drauf. Oh, joioioioioioioioioioi. Macht ihm platt. Macht ihm platt. Macht ihm platt. Das coole ist, je mehr der am Kleingefitzel nach uns schießt, desto besser können wir uns heilen. So, komm! Na, endlich! Boah! Ey! Mein Inventor ist voll. Was hat der da? Ein Charmspell? Ne, Mapscroll. To a lost dungeon. Och, komm! Ne, den Klee's machen wir nicht. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich find's aber cool, dass die Händler hier unten einfach so rumstehen und und, äh, ja. nix machen. Und denen ist es scheißegal, dass die Monster drumrum fahren. Ist ja alles wurscht. Ist ja alles wurscht. Ist im Chat eigentlich soweit alles okay? Ich hab irgendwie das Gefühl, dass hier, ähm, ähm, jüp-da-da, jüp-da-da, dass da ein bisschen wenig los ist. Ey, Leute, wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich brauch... Da ist nix mehr. Okay, gut. Ich hab schon Angst gehabt, dass bei mir wieder Twitch anfängt zu hängen. Wär ja, ähm, was Neues. Ich mein, YouTube backt ja in letzter Zeit schon wieder rum, wie bekloppt. Da würde ich es Twitch auch zutrauen, dass die es noch hier anfangen, wieder rumzubacken. Ach je, Mini, ne, hier ist ja wieder die Hölle los. Ich hab's grad gedacht, ich könnte hier runterscrollen. So, alle schön einsacken. Wie viel Platz hat denn unser guter Pan noch? Oh, noch ein bisschen. Das geht noch was. Mal schauen, ob wir vielleicht sogar noch in den nächsten, in die nächste Ebene kommen. Das wär cool. Tja. Die könnten uns noch mal was hinterlassen hier. So, was haben wir denn hier? So, du noch. Das noch mitnehmen. Äh, links oder rechts? Dann nehmen wir erst mal den hier. Ach man, das war cool. Das ist also gut, dass wir dieses... Okay, hier ist es wieder. Da waren wir schon mal. Du hungerst den ganzen Tag. Nur für mich. Ei, das ist aber was. So. Ähm. Hier ist wieder ein Dorfeingang. Na, dann ist ja gut. Also, wenn der Stream rum ist, dann muss ich dir unbedingt mal einen Link zu einem Video schicken. Zum Thema Kaffee und aufgedreht und so. Cool. Your pet is overburdened. Och, Mann, ey. Es hat bei... Ähm. Kann ich mir vielleicht noch irgendwas von dem hier... Äh. Nö. Ah, doch. Moment. Die könnte ich noch mitnehmen. So. Ähm. Hol da mal das hier noch. So. Dann machen wir mal noch ein Town Portal auf und gehen das Zeug mal verkloppen. Zwei Stunden Skillzocken. Hoi, 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 hoi. Ja, mal schauen. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin. So. Jetzt erst mal gucken, was haben wir denn da? Ist ja nicht so, als hätte man es jetzt schon... Als würde man das so wenig machen. Ja, ich bin inzwischen im Shooter-Geschäft tätig. Das ist unglaublich. Wenn das irgendjemand mir vor ein paar... Weniger... Vor kurzer Zeit mal gesagt hätte, ich hätte gesagt, jo, klar. Du mich auch. Aber ich spiele inzwischen Shooter. So. Hallo. Ich möchte gerne ein bisschen was zum Identifizieren haben. Ja. Ich sterbe immer noch ständig. Ich sollte mich umbenennen in Kanonenfutter. Das wird zumindest mal der Wahrheit entsprechen. So. Was haben wir denn jetzt hier alles für tolles Zeug? Ach, komm. So. Machen wir diesen hier. Da können wir den Käse direkt verkaufen. Eine Pole-Axe. Was soll ich mit der... Weg. Tainted Wand. Poison Damage 54 bis... Obwohl. Ich behalte die, die ich hab, ist besser. Staff, den brauch ich auch nicht. Was ist das hier? Scale-Eyepiece. Kann ich den irgendwo... Wo kommt denn der hin? Saffron Buckled Coal. Ist das das? 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 Das sieht ja... Ulkig aus, sieht das. Was hat der hier? Ach, komm. Das kann weg. Ich bleib lieber bei meinen Resistenzen. Da hab ich mehr von. So, erstmal die Pistolen. Was hat der hier? Der hat auch nur... Elf. Und der hier hat auch nur zwölf. Aber zwei Sockets. Ähm... Du kannst schon mal weg. Was ist das hier? Ice Damage. Ich glaub, den hol ich mir hier mal auf meinen... 158, 162. Den hol ich mir mal hier drauf und den verkloppen mal. Das Ding hier kann weg. Ähm... Das Ding hier kann weg. Das kann weg. Ähm... Das kann weg. Ähm... Was hat denn meiner hier? Der hat 118, der hat 111 und kann eigentlich auch so gut wie nix. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du weg. Ähm... Du auch weg. Ja, meine Rüstung kann so viele coole Sachen. Ähm... Du auch weg. So. Das weg. Das weg. Ich hab immer noch die Dinger da alle drin. Den behalte ich mal. Du noch weg. Äh... Du weg. Was ist das? Mh... Überhalten wir. Und... Gegen was hilft der? Das ist der... Ah ja. Genau. Einringen sie zu knechten. So. Was hat der? Faster Cast Speed. Plus 8 Elektrik. Nein. Den nicht. Nein. Du nicht mehr. Und... Ich glaube, das war's dann schon. Ah ja, stimmt. Der hier noch. Der kann auch weg. So. Ach je, Mini. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt müssen wir doch hier mal ein bisschen was machen können. 29 Magie brauche ich für das Ding. Den hier kann ich eigentlich auch mal noch verkaufen. Das mache ich aber demnächst mal. Was hat der da oben? Oh Gott. Ey, ich muss jetzt lauter Zeug verkloppen irgendwann mal. So. Also für den brauche ich 29 Magie. Ähm. Magic. Oh, das ist ja nur einer. Den holen wir uns doch. Strength. Wofür kann ich jetzt noch... Ähm... Remaining sind noch 4. Machen wir mal 2. Ähm... Defense kriegt noch einen drauf. Und Dexterity... Kriegt auch noch einen drauf. So. Ende. So. Können wir hier noch irgendwas tolles? Ähm... Ne, wenn, dann möchte ich die hier. Was hat der hier noch? Ähm... Oh, ich kann meinen... meinen Golem hochpacken. Golem Upgrade mit Increased Damage, Armor und Health. Machen wir doch. So. Und, ähm... Ja, Pet Mastery. Geht auch noch eins hoch. Hupsala, da geht's aber hier gerade rund. So. Und jetzt müsste ich doch... Moment. Jetzt müsste ich doch eigentlich diese tolle Rüstung hier anziehen können. So. Super. Super, super. Ähm... So. Dann weiter im Text. Ach, ja. Ich liebe es. Ich liebe es. So. Dann mal wieder auf in die Tiefen der Minen. Von... Quatsch. Was? Wie sollen wir hier eigentlich... Was? Was treiben die Viecher hier? Äh. Was? Äh. 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 Das ist eklig. Jäkse. Äh. Gerade ist eine Fliege in meinem Teeversoffen. Ich hab dran getrunken. Äh. 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 Schön, dass ihr euch dran amüsieren könnt. Ich kann es nicht. Ich glaube... Ich habe zuerst gedacht, es wäre so ein Stückchen Tee noch gewesen, was ich noch drinnen gehabt hätte. Ich habe mich schon gewundert, wie der da reinkommt. Oh, ich, das da raus, da ist das eine Fliege. Eine ganze Fliege. Oh, da liegt noch Zeug. So. Leute, das ist... Das ist super eklig. Hier sind wir hergekommen. Und dann sind wir hier lang. Und das heißt, hier geht es weiter. Alles mitnehmen! Man weiß ja nie... Ach, ich liebe meine Waffen hier. So. Haben wir hier irgendwas noch vergessen? Nee, da liegt nichts mehr. Ein Langbogen, noch eine Identifikationsschriftrolle. Schon wieder die Kleinfiecher. Das heißt, da hinten muss irgendwo ein Schamane rumrennen. Komm. Komm. Wot, 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 wot. So. Ein Feldbogen, ein Elmbogen. Und ein Elmbogen noch mit dazu. So. So. Jetzt haben wir wieder vier kleine Impe. Ach, ich liebe dieses Spiel dafür. Aber wir gehen das gerade noch mal gucken, wo es da hinten an. Oh, guck mal, wen wir da haben. Und schaut mal, meine Freunde. Das sind auch deine Freunde jetzt. Guck mal, die haben dich ganz, ganz lieb. Ah. Ich glaube, die haben was dagegen, dass wir denen, ähm, dass wir denen ihr Dorf plündern. Habe ich mal so den Eindruck. Aber hey, Mann, wir sind doch, wir sind doch ganz lieb und so. Wir machen das doch alles. Ist doch... Boah. Jetzt pass auf, am Ende kommen die jetzt gleich wieder viel zu spät bei dir. Wie sonst auch. Und jetzt müssen wir doch hier irgendwo wieder zum... Ach, da sind wir wieder. Okay. So, jetzt trinken wir noch mal und hoffen wir, dass wir diesmal keine Fliege dabei haben. Gelle? Oh, der ist viel zu stark. Oh, je, wie schön. Oh, oi, oi, oi. Oh, leck. Wer ist die Fliege da, das hier? Hoffentlich liefern sie auch. So, wir haben alles. Ach, ich finde dieses... Ach, ich finde dieses... So, da haben wir wieder ein bisschen was eingesackt. Wir gucken mal, wenn wir die nächsten, ähm... Ach, das ist so cool. Dieser Stab ist so cool, Leute. So, dann nehmen wir hier noch ein bisschen Gold mit. So, und da hinten sind schon wieder die Nächsten. Und solange wir die treffen, können wir uns eigentlich kaum was entgegenzusetzen. Oh, habe ich den gerade da runter geworfen? Das tut mir jetzt aber leid. Gibt's dann wieder Cheeseburger ohne Käse bei dir? Oh, und wieder Spinnen! So, holt sie euch! Hm. Oh, hier ist aber ein bisschen was los, hier und so. Du noch bitte. Erstmal noch das hier. Dann nimmst du die mit. Und da unten bitte nochmal einsacken. Und das... Oh, ein Karabiner. Die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Ähm. So, lalalala. So. Tja. Es ist gut, wenn man ein paar Freunde dabei hat. So. Du noch. Und du noch. So, hier haben wir alles mit. Der eine, da ist es wieder Postfetten runtergeflogen. So. Okay, hier scheint es weiter zu gehen. Pizza und Salat. Na gut, dann gibt's vielleicht, ähm... Salat ohne Salat oder sowas. Ich weiß es nicht. Hm. Okay, hier waren wir schon mal. Da haben wir schon aufgeräumt. So. Gut. Wo geht's denn jetzt weiter hier im Text? Waren wir hier nicht? Wieso habe ich das Gefühl, dass wir hier schon einmal waren? Könnte es denn sein, dass dies der Weg ist, den wir einschlagen müssen? Hier, vorbei. Wo ist denn euer Big Boss? Der Big Cheese. Wo ist er denn? Oh, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot. Lauf mal weg. Oh. Oh. So. Heiliges. Komm. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Mach ihn platt. Oi, 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 oi. Ja, es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Komm. Mach schneller, Mann. Mach schneller. Mein Tag ist voll. Boi. Mein Tag ist voll. So. Ähm. Sag mal ein kleiner. Komm, Pan. Mach mal hinne. So. Hu, 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 hu. Das war gerade eben eng. War das gerade eben eng, Leute. Ich habe eben schon gedacht, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. So. 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 Da sind noch die... Lederrüstung. Die wollte ich noch mitnehmen. Hu, hu. Die waren mal schneller tot, als sie gucken konnten. Ähm. Mein Inventor ist voll. Oh, das heißt, wir haben jede Menge, ähm, Identifikationsrollen. Das ist ja schon mal angenehm. So, dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Ähm. So, der ist auch weg. Und hier da unten. Guckt mal, was ich Tolles euch habe. Ähm. Moment, da fehlt noch einer. Wo ist denn noch? Da ist ja noch eine Leiche. Wunderbärchen. So. Und. Oh. Okay. Mein, ähm. Den einen Golem hat es jetzt zerlegt. So. Es geht immer schön weiter im Text. So. Was haben wir da vorne noch? So. Eine... Ich finde es cool, was das Haustierchen da so alles tragen kann. Also, der muss ja echt, ähm, ein Lastesel sein. So. Okay. Wir sind vollzählig. La, la, la. Oh, da ist schon wieder so ein Bäumle. So. Wen haben wir da unten noch? Da kommt mal jetzt so gar nichts mehr. So. Und hier geht es wieder eins tiefer. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal die Etage da runter. Und dann gehen wir mal wieder zurück nach Torchleid. Weil ich werde langsam hier ein bisschen voll hier drin. Und wir haben auch schon fast wieder eine Stunde rum. So. Ach Gott, das Zeug schmeckt widerlich. So. Ich würde sagen, wir setzen hier einfach mal ein Town Portal hin. Wenigstens sind die Ladezeiten relativ kurz. So. Dann holen wir uns mal kurz den hier. Sei gegrüßt. Du, ähm, was weiß ich, was du bist. Ein Händler. Ein fahrender, fliegender Händler. So. Du hast doch bestimmt noch ein paar... Oh, guck mal da. So. Erstmal alles identifizieren. So. Was haben wir denn da? Requires Level 16. 29 Defense. Wieviel haben wir denn eigentlich? Ähm. Oh, das kriegt man sogar im nächsten Level. Cool. Cool. Okay, das heißt, den Helm behalten wir. Du kannst weg. Äh. Du kannst weg. Du kannst sowieso weg. Dich brauche ich eh nicht mehr. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Hick. Du kannst auch weg. Auch. Du sowieso. Dich brauche ich auch nicht mehr. Dich habe ich schon. Was hat der hier? Ah. Aha. Okay. 7% elektrische, 4% Feuer. Das sind zweimal dieselben. Ich würde sagen, einen davon nehmen wir uns doch mal. Äh. Halt. So. Und, äh. Dich nehme ich wieder mit. Oh, hallo. Hallo. So. Genau. Äh. Du kannst weg. Äh. Du kannst weg. Du und du sowieso. Genauso wie du und du. Und du und du. Die sieht doch mal cool aus, die Knarre hier. Tja, wir sehen jetzt aber auch cool aus. Warte mal. Oh Gott. Was eine Knarre hier, Leute. Komm. Lass drin. So. Was haben wir hier noch? Ähm. Du weg. Den nehmen wir noch weg. Ähm. Dich habe ich doppelt. Dich. Dich. Behalte ich mal, äh, im Inventar für den Fall der Fälle. Genauso wie dich. Du nach hier. Und, äh, Town Portal kann man ja nie genug haben. Ähm. Ähm. Lederarmor brauchen wir auch nicht mehr. So. Gut. Dann gehen wir mal geschwind, ähm, alles einlagern, was wir nicht mehr brauchen. Und das ist eine ganze Menge. Oh, ey. Ich muss mir unbedingt mal, ähm, die Zeit nehmen, hier irgendwann mal wirklich aufzubauen. Räumen. So. Jetzt haben wir die mit. Die mit. Äh. Du kannst da rein. Du kannst da rein. So. Was haben wir denn hier? Der hat 186. Der hat 154. Hm. 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 Wie viel hat der jetzt? Moment. Jetzt muss ich gerade nochmal kurz gucken. Der macht Feuer und Poison. Und der macht Elektro und Feuer. So. Die hier können wir auf jeden Fall mal verkloppen. Und die können wir verkloppen. Und, ähm. Die können wir auch alle verkloppen. Und das Amulett. Ach Gott. Das können wir auch verkloppen. So. Okay. Dann hat es ja gar nicht so lange gedauert. So, Leute. Jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen, klar, Schiff. Du nicht. Du noch. Du noch. Was hat der? Ähm. Hey. Das sieht doch cool aus. Ähm. So. Ja. Das gefällt mir. So. Au. Au. Das war nicht gut. Scheiße. Wir sind nackig. Ja. Da wären nochmal zwei Magic drin gewesen. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir ein winzig kleines Problem. Weil wir haben jetzt keine gescheite Rüstung mehr. So ein Rotz. Guck mal, was man... Was... Hallo. Ähm. Amor. Nee. Will ich alles nicht. Das will ich alles nicht. Äh. 1705. Oh. Ich könnte mir jetzt gerade den Arsch beißen. Wisst ihr das? Ah ja. Was soll's. Dann kaufen wir den halt nochmal. So. Dann behalten wir halt den. Damit wir unsere alte Rüstung anhaben können. So. Oh. Mann. Scheiße. Das war jetzt uncool war das. So. Du noch weg. Müssen wir mal noch gucken, was wir jetzt hier ein können. Können wir eigentlich irgendwas enchanten bei uns? Nee. Wir können gar nichts enchanten. Aber ey. Ach stimmt. Wir können ja noch von unserem... Der hier. Der kann ja auch noch Zeug kriegen. Was hat denn der eigentlich? Ach. Dem wird man noch sowas... Hm. Okay. Dem wird man dann noch auch was nehmen können. Ähm. Ich hab wieder rausgeklickt. So. Okay. Wir werden hier unten mal noch gucken, dass wir noch ein bisschen was gemacht kriegen. Haben jetzt gleich neune. Ich würde sagen, so viertelstündlich spielen wir noch. Und dann machen wir weiter mit FTL. Ich will jetzt einfach noch wissen, wo es hier jetzt weiter geht. Mit unserer tollen, ähm, Maske, die wir jetzt aufhaben. Was war denn das bitte? Mein Gott hat er... Habt ihr das gesehen gerade? Guck mal da, wie der... Ich finde das lustig, wie der... Wie der Golem da immer drauf die, äh, Viecher da losrennt. So nach dem... Oh, ich hab dich so lieb, ich hab dich so lieb, ich hab dich so lieb. So. Okay. Will ich hier schon lang? Ne, ich glaub, wir gehen erstmal die andere Richtung, weil da geht's, glaub ich, weiter. So, dann nehmen wir doch mal den... Weg da hinten rum. Ich will ja noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Ich hab irgendwie so minimals das Gefühl, dass wir hier... Ui, da kommt ja immer mehr. Oh, und ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Gut. Ui, 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 ui. Ich wollte gerade eben schon sagen, ich habe das Gefühl, dass wir, ähm, minimalst overpowered sind. Aber, ähm, nachdem ich das gerade wieder so eine tolle Nahtoderfahrung hatte, wobei er nicht. Hm. So. Weiter geht's. 19 Stockwerke sind wir schon tief. Und es werden bestimmt nicht wenige. Und immer noch dringt genug Licht nach unten, um unseren tapferen Abenteurern ihren Weg zu erleuchten. Werden sie ihr Abenteuer überstehen? Oder werden sie von diesen ekligen, komischen Monstern hier gefressen werden? Nur die Zeit. Nur die Zeit. Wird es zeigen. So. Ja. Ähm. Da ist... Ich glaube, wir probieren mal noch den anderen Weg aus. Weil der hier war, ähm... Richtig. Und deshalb geht's hier weiter. Und deshalb ist wahrscheinlich der andere falsch. Und zeigt uns... Eine Sackgasse. Juhu, ich liebe Sackgassen. Jetzt sind wir den ganzen Weg umsonst zurückgelatscht. Yippie-ka-yay. Yippie-ka-yay. So. Gut. Ähm. Hier war nix. Dann heißt es, geht es da weiter. Und es wackelt wieder die Erde. Ach du Schande. Was ist denn hier los? Da ist ja Party. Okay. Okay. Oh, meine Fresse. Ist hier Party. Oh. Hm. So. Jungs. Wollt ihr mir nicht mal ein bisschen helfen? Braucht ihr gar nicht. So. Erstmal gucken. Wo steht denn eigentlich meine Maus? Hier waren doch noch... Ah, da war noch Gold. Was ich vergessen habe. Ich zähle einen weniger, als ich haben sollte. So. Jetzt sind wieder alle da. Alle. Alle Impe sind schon da. Alle Impe. Alle. blaue, grüne, gelbe... Und... Jo. Alles Mögliche. Finde ich auch lustig. Aus der Urne stehen da plötzlich die Skelette wieder auf. Es sollten doch eigentlich schon dreimal verbrannt sein da drinnen. Aber schön hier unten irgendwo. Ich möchte mal gerne in eine... Wo ist eigentlich meine Kavallerie? Da hinten. Sag mal, was freibt ihr euch eigentlich immer darum, wo ich jetzt hier gerade woanders bin, Leute? Das gibt's doch nicht. Geht. Der wollte irgendwann noch Dr. Der Hu gucken, hat er gesagt. So. Wir haben einen Level gekriegt. Juhu. Okay. Das heißt nämlich, wir können uns... ...den tollen Helm holen. Aber das machen wir dann nachher. Ich glaube, ich muss dann die ganze Verkauferei dann immer beim, ähm... Hier waren wir schon. Ah ja, hier ist er hergekommen. Okay, okay, okay. Man muss sich ja ein bisschen auskennen hier. Und die Wege kennenlernen. So. Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. So. Der ist auch Geschichte. Ich finde es... Alles guckt heute Abend Dr. Hu. Es gibt sogar Leute, die gehen extra ins Kino dafür. Habe ich auch schon gesehen. Ich habe allerdings Dr. Hu noch nie gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. So. Hier ist auch noch was. Ähm. Noch mehr Brücken. Übel sieben. Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Oh man, ey. Was ein Kitsch. Schrein der Heilung. Den brauche ich im Moment gerade nicht. Ich bin gerade ganz gut dabei. Ähm. Bäbäbäbäbäm. Bäbäbäbäbäbäm. Oh, Freunde. Freunde. Ich, ähm. Oh was? Oh, okay. Ich würde sagen, ich spiele jetzt hier noch, bis ich wieder zurück nach Torchlight muss. Sprich, bis mein gutes Freund hier... Ja, wach mal auf, das Ding. So. So, tu noch das hier bitte und dann holen wir uns hier noch alles. Na, komm, dann holen wir uns den da unten auch noch. Gut, läuft doch, läuft doch. Okay, da waren wir schon und hier geht es weiter. Ähm. So, dann heilen wir uns noch mal geschwind. Und auf, über die nächste Hängebrücke. Juhu. Oh, was bist denn? Irgendwie habe ich ein uncooles Gefühl bei den Viechern hier. Oh, scheiße, ey. Was ging denn da gerade ab? Aber irgendwie tun die mir nichts. Mach ihn tot, mach ihn tot, mach ihn tot. Den Night Stalker. Danke. Ich bin überraschend. Ich bin überraschend. Was? Was für einen Rang habe ich jetzt gerade eben bekommen? Rufus, der Memorable. Aha. Was auch immer. Okay. Wie sieht das denn aus? Unser Kumpel, wie viel hat denn der auch? Der hat auch noch ein bisschen Platz hier drinnen. Denn er ist Rufus. Ja, Rufus. So, ähm. Bevor wir da hinten weitergehen, möchte ich mal gerne noch ein paar... ...ein paar Kumpels haben. So. Und mit meinen Kumpels machen wir uns jetzt hier mal... ...ein paar neue Freunde. Äh, guck doch mal, wer ich da... ...ich bin da. Ach, ist das schön. Ist das schön. Oh, das sind wieder die Fische hier. Das heißt, hier muss... Ah, da ist der Schamane schon tot. Also... Nein. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Unser Haustier hat zu viel Ballast dabei. Dann... ...ist es mal Zeit, wieder zurückzugehen. Und das Spiel zu wechseln, würde ich sagen. Ich muss dann dran denken, heute ausnahmsweise mal nach dem Spiel auch tatsächlich, ähm... ...meine, äh, Fischer hier mal, hier alles mal fertig zu machen. Hier kann ich wieder nichts, ähm, verbessern, was ich gerne würde. Level 17, toll. Hier kann ich erst wieder Level 17. Ach, ist ja toll. Ist das toll. Und ich glaube, ich spare mir den Punkt, übe auf bis zum nächsten. Oh, cool, da kann ich 5 Imps machen. Ach, das ist ja... Das ist ja klasse, ist das. Oh, da wird es ja richtig, sehr richtig, ähm... ...lustig. Ach, toll. Was gibt's hier? Battle. Ach, das gucke ich mir dann mal mal anders an. Ich kenne mich ja in Torchlight ganz ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gut aus. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ich, ähm... Machen wir doch mal frischen Tee nach meiner Erfahrung hier. Und, ähm... Dann machen wir jetzt mal gleich mit FTL weiter. Irgendjemand ist jetzt noch da. Es sind jetzt 4 Zuschauer. Ja, hab ich schon gesagt. Kannst du dir ja nebenher noch zugucken. Das wäre ja ganz cool, aber, ähm... Nö, mag er ja nicht. Na, egal. Okay. Ich, ähm... Bin dann mal ganz kurz weg. Machen wir frischen Tee. Der hier muss, ähm... Ja, da hat der Schwarztee seine Farbe zurecht. Sagen wir es mal so rum. Okay. Oh Gott. Die ist allzu nett da. Wir haben jetzt neune. Neune durch. Deshalb, ähm... Jo. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir machen jetzt hier Ende im Gelände. Und machen gleich weiter mit FTL. Okay. Bis gleich dann. Und dann... Dummdi dumm. Das muss ich nur noch. Ja.